Im Semesterbeitrag ist zum einen das VAR-Ticket. Das bedeutet im gesamten VAR-Bereich können Sie umsonst den Nahverkehr nutzen. Sie können am Wochenende auch jemanden mitnehmen und Sie können auch Ihr Fahrrad mitnehmen. Darüber hinaus haben Sie das NRW-Ticket und das bedeutet, dass Sie in ganz NRW den Nahverkehr kostenfrei mit Ihrem Ticket nutzen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017